Das ist sie, die schnellste Achterbahn Italiens im Vergnügungspark Mirabilandia. Wer sich traut, auf der Achterbahn I-Speed mitzufahren, erlebt eine Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer in 2,2 Sekunden. Die Achterbahnzüge donnern mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde über die einen Kilometer lange Strecke. Bis zu 1000 Gäste pro Stunde werden über die Bahn und durch die extremen Manöver geschickt. Damit keine Kollisionen oder Unfälle passieren, muss die Sicherheit jederzeit hundertprozentig gewährleistet sein. Für die Sicherheit des Betriebs sorgen Ingenieure aus der Schweiz. In Wollerau entwickelt die Firma Inautek Steuerungen für Achterbahnen. Unsere Kunden, Achterbahnbauer wie die Firma Intermin, Freizeitparkbetreiber, möchten natürlich möglichst vielen Gästen eine Fahrt auf ihren Anlagen ermöglichen. Demgegenüber steht natürlich die Anforderung an die Sicherheit und Verfügbarkeit der Anlagen. Sicherheit ist das Wichtigste. Zum Beispiel darf es nie passieren, dass auf einem stehenden Zug eine Fahrende auffahrt. Unfälle auf Achterbahnen werden in den Medien stark wahrgenommen. Es dürfen keine Fehler passieren. Die Steuerung einer Achterbahn muss strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen. Ueli Mörgeli ist als Safety Assessor bei Inautek für die Sicherheit zuständig. Wir verwenden PC-basierte, fehlersichere Steuerungen von Siemens. Die sind zertifiziert für höchste Sicherheitsanforderungen, überwachen sich selber und kommunizieren mit der ebenfalls zertifizierten, fehlersicheren Antriebstechnik von Siemens. Selbstüberwachend heisst, dass sich die Steuerungen, wenn die Werte inkonsistent werden, selbstständig in einen sicheren Zustand bewegen. Das heisst, in unserem Fall Stillstand von allen Zügen. Inautek testet alle sicherheitsrelevanten Funktionen im Haus. Diese dürfen bei der Inbetriebnahme vor Ort nicht mehr verändert werden. Im Vergnügungspark überprüfen die Ingenieure zusammen mit dem Parkbetreiber und unabhängigen Prüfern die Sicherheit der Anlage noch einmal ausführlich. Betreiber von Vergnügungsparks müssen sich zu 100% auf die Sicherheitstechnik der Anlagen verlassen können. Der Achterbahnbetreiber trägt die volle Verantwortung für die Sicherheit der Besucher. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!